Servus, ich bin Projektheld und das ist das zweite Video zu der Insanity. Die schraube ich gerade auseinander, weil der Rahmen in zwei Tagen zum Pulvern geht. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Die Farbvorschläge aus dem letzten Video haben mich alle gut inspiriert und ich habe jetzt auch schon entschieden, welche Farbe es wird, aber das verrate ich noch nicht. Das ist nämlich dann erst im nächsten Video, wenn die ganzen Teile dann wieder zurückgekommen sind. Los geht's mit dem Zerlegen. So, hier habe ich jetzt den Tank ausgebaut und wie man sehen kann, steht hier oben die Seriennummer 003 drauf. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich vorher schon das Intro gedreht habe. Das hat auch einen kleinen Grund, weil ich nämlich da nicht genau weitergekommen bin. Der Kabelsalat hier hat mir leider gezeigt, dass hier jemand schon mal dran rumgefuscht hat. Das erkennt man meistens immer ziemlich gut daran, wenn man hier so ein grün-gelbes Kabel findet. Das sind nämlich die Erdungskabel, die man eigentlich im Haus verwendet. Normalerweise gibt es eigentlich keine grün-gelben Kabel im Moped, habe ich zumindest noch nie original drin gesehen. Und hier vorne sieht man auch, dass hier jemand ziemlich viel rumgefuscht hat. Ich muss das Ganze erstmal gut beschriften und eventuell beseitige ich das Ganze auch gleich. Dafür muss ich aber noch neue Stecker kaufen und das Ganze dann wieder wirklich ordentlich zusammenbauen. Das nächste Problem ist, dass hier vorne so kleine Löcher durch den Rahmen gebohrt sind, wo die Kabel durchgeführt sind. Und auf der einen Seite hängt zum Beispiel der Tacho oder der Gasgriff mit dem Starterknopf. Und auf der anderen Seite hängt dann so ein Stecker und die Stecker passen nicht durchs Loch durch. Das bedeutet, entweder muss ich die abschneiden und wieder ranlöten oder ich muss versuchen, die Stecker zu zerlegen. Und das ist leider eine ziemlich nervige Aufgabe, weil hier doch ziemlich viele Kabel nach vorne führen und alle durch diese kleinen Löcher durchgehen. Und das ist leider eine ziemlich viel rumgefuscht. Und das ist leider eine ziemlich viel rumgefuscht. Und das ist leider eine ziemlich viel rumgefuscht. Hier kann ich mal kurz zeigen, was kaputt gegangen ist bei dem Lenker. Und zwar ist hier im Lenker drin so ein kleiner Einsatz aus Aluminium. Und der ist eben kaputt gegangen, da sind zwei Gewinde drin und der ist einfach in der Mitte einmal durchgebrochen. Und deswegen habe ich mir hier 3D gedruckt, quasi genau so ein Teil und habe da einfach ein paar Muttern reingemacht. Das hat jetzt super gehalten, aber auf Dauer möchte ich damit auch nicht rumfahren. Deswegen kommt das ganze Zeug weg. Ich hebe es trotzdem noch auf, falls mit einem anderen Lenker auch nochmal Probleme entstehen, dann habe ich das immer noch als Backup. Aber eigentlich möchte ich lieber den neuen Lenker verwenden. So, das Ganze war es jetzt eigentlich erstmal fürs Zerlegen. Es ist alles weg. Es war sehr interessant, wie das Ganze aufgebaut ist. Man merkt auch, dass es eine Kleinserie ist. Also der Aufwand, das Ganze hier herzustellen, war auf jeden Fall größer als bei irgendwelchen Serienmotorrädern. Da läuft das Ganze ein bisschen anders. Aber es war echt interessant. Jetzt will ich noch am Rahmen ein paar Schweißnähte ausbessern, ein paar Sachen verschönern und dann geht der Rahmen weg. Und wenn er wieder da ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.